Ich hab vier Hunde, die find ich klasse, Molly, Minamaya, ach ja, Morfi, das ist ne ganz besondere Rasse. Die vier Rabauken halten mich auf Trab, die Kuscheltiere sind nicht sicher, die Hunde machen einfach Schmack. Ich liebe meine Hunde viel mehr als Schokolade und wenn sie mal nicht da sind, find ich das super schade. Wenn wir uns wiedersehen, dann bin ich total happy, dann spielen wir so lang bis Mama sagt ins Bett. Morfi ist so goldig, wie ein heller Stern, die Minamaya und die Maya sind zwar klein, aber deswegen hab ich sie mega gern. Molly trägt ganz Stöcke, Stöcke riesengroß. Meine Hunde sind ne Rasselbande, ohne sie wär einfach gar nix los. Ich liebe meine Hunde viel mehr als Schokolade und wenn sie mal nicht da sind, find ich das super schade. Wenn wir uns wiedersehen, dann bin ich total happy, dann spielen wir so lang bis Mama sagt ins Bett. Ich liebe meine Hunde viel mehr als Schokolade und wenn sie mal nicht da sind, find ich das super schade. Wenn wir uns wiedersehen, dann bin ich total happy, dann spielen wir so lang bis Mama sagt ins Bett. Ich hab vier Hunde, die find ich klasse. Molly Minamaya, ach ja, Morfi, das ist ne ganz besondere Rasse. Die vier Rabauken halten mich auf Trab.